Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Apollut im Gespräch. Mein heutiger Gast ist Raimund Unger, ein preisgekrönter Maler und Autor provozierender und erfolgreicher Sachbücher. Es wird um die großen Fragen unserer Zeit gehen, vor allem aber um den Weg zu einem authentischen Leben in Frieden. Im Gespräch Herzlich willkommen, Herr Unger. Vielen Dank für die Einladung. Raimund Unger ist in den letzten Monaten sehr präsent in der Debatte über den Zustand dieses Landes, über den intellektuellen Zustand dieses Landes. Er hat allein zur Corona-Krise zwei Bücher veröffentlicht. Im April 2021 ist Vom Verlust der Freiheit erschienen. Ein Buch, in dem es um alle Reizthemen dieser Zeit geht. Um Klima, um Migration, um das neue Sprachregime, um die große Transformation. Im November 2021 folgte dann Das Impfbuch. Ein genialer Titel. Bevor wir darüber sprechen, stelle ich Sie kurz vor. Raimund Unger ist ein Babyboomer, geboren 1963 in Buxtehude. Die Generationsangabe ist wichtig, weil sich das Thema Kriegsenkel wie ein roter Faden durch sein Werk zieht. Das, was traumatisierte Kinder des Zweiten Weltkriegs, ihre Eltern, meine Eltern, viele andere, ihren Kindern nicht bieten konnten. Das Stichwort heißt hier transgenerationales Kriegstrauma. Raimund Unger hat dazu eine Familienbiografie geschrieben, Heimat der Wölfe. Und ein Buch über seine Heldenreise, über seinen Weg vom Autodidakten zu einem anerkannten Künstler. Man muss dazu wissen, dass Raimund Unger eine Ausbildung als Therapeut hat. Dass er eine Praxis hatte und eine Dozentur für Naturmedizin und sich erst spät in eine Kunstszene bewegt hat, die von Akademikern geprägt ist. Von Menschen, denen Ästhetik und eine These wichtiger sind als der Blick nach innen, als die Arbeit mit dem eigenen Schmerz. Als vorläufiger Höhepunkt dieser Heldenreise, dieses Weges war der Lukas-Kranach-Preis 2011. Ein internationaler Kunstpreis, vergeben von der Stadt Kronach. Das ist der Geburtsort von Lukas Kranach, dem Älteren. Raimund Unger hat dort den ersten Sonderpreis bekommen und war so endgültig interessant auch für Sammler. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, hat er angefangen Bücher zu schreiben. Noch nicht erwähnt habe ich Die Wiedergutmacher, ein Buch von 2018, das das deutsche Nachkriegstrauma mit der Flüchtlingsdebatte zusammenbringt. Herr Unger, warum schreibt ein Maler ein Impfbuch? Warum haben Sie ein Impfbuch geschrieben? Ja, erstmal vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Da war ja wirklich alles drin. Ja, vielleicht, um das so ein bisschen zu sortieren, man könnte das vielleicht in zwei große Lebensabschnitte aufteilen. Mein erster Lebensabschnitt war tatsächlich der als Therapeut und Dozent. Da ging es um Psychologie und das Transtrauma. Und ungefähr ums 40. Lebensjahr rum hatte ich meine klassische Midlife-Krise. Und danach habe ich nochmal die Weichen vollkommen neu gestellt. Ich habe die Dozentur in Hamburg aufgegeben. Ich habe meine Praxis aufgegeben und bin nach Berlin gegangen, um mich als Maler, der ich schon lange war, aber natürlich nicht professionell, dann in Berlin ernst zu nehmen. Dann hat es viele karge Jahre gegeben, weil Berlin wartet nicht auf autodidaktische Maler, das kann man mal ganz klar sagen. Aber eigentlich war die Beschäftigung mit Kunst und Malerei das, was es auch schon vorher war, die Beschäftigung mit Psychologie und Medizin. Das war natürlich immer eine Reise zu mir selbst, um zu gucken, warum bin ich, wie ich bin? Und was hat das mit meiner Herkunft zu tun? Was hat das mit meinen Eltern zu tun? Und letzten Endes auch, was hat das mit dem erwähnten Kriegstrauma zu tun? Um die Frage nochmal zu beantworten, warum schreibt jetzt ein Maler plötzlich ein Impfbuch? Das ist natürlich ein Riesenbogen. Jetzt in den letzten drei Jahren, wo es vermehrt wieder um, oder zwei Jahren, wo es vermehrt um die Corona-Krise ging, habe ich mich sozusagen meiner alten Skills besonnen. Und in die politischen Kritikpunkte, die ich ohnehin hatte, habe ich den überbordenden und meiner Meinung nach vollkommen überzogenen Umgang mit der Corona-Krise aufgenommen. Und habe festgestellt, dass ich noch eine ganze Menge über Medizin weiß. Ich konnte die Studien sehr gut lesen und mir ist relativ schnell, schon im März 2020 aufgefallen, dass mit dem Narrativ irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich mit meinem Verleger gesprochen und habe gesagt, wir können bei dem geplanten Buch vom Verlust der Freiheit, das eigentlich erst nur um Migrationsfragen ging, um Gender ging und um Klimaschutz, da können wir unmöglich das Thema Corona rauslassen. Und er war auch ein bisschen verwundert, wieso ich jetzt auf einmal dieses medizinische Thema bearbeite. Und ich habe ihm das dann nochmal erklärt, dass ich doch durchaus daherkomme aus dieser Ecke. Und er hat sich dann darauf eingelassen. Und letztendlich ist Corona dann ein Riesenthema vom Verlust der Freiheit geworden. Oder die Kritik an der Corona-Politik. Das Buch war dann allerdings so schnell, das Thema Corona hat sich dann so schnell überholt, dass mein Verleger den Vorschlag gemacht hat, noch das Impfbuch nachzureichen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war dann noch erfolgreicher als vom Verlust der Freiheit. Gut, wenn man auf die Cover schaut, sieht man eigentlich unterschiedliche Namen. Europaverlag, Scorpio Verlag. Können Sie das kurz erklären? Ja, das ist ein Imprint-Label, also das ist derselbe Entscheider. Und insofern ist es ein Haus. Also das ist in einem Haus erschienen. Sieht so aus, als ob das Impfbuch eher versteckt werden sollte? Vielleicht nicht versteckt. Aber es passt schon auch ein bisschen von der Strategie her besser in den Scorpio Verlag. Der Scorpio Verlag hat einige kritische Themen zur Medizin. Und jetzt neuerdings auch kritische Themen zu Corona. Der mausert sich so ein bisschen zum Corona-Kritik Verlag. Es unter anderem erscheint demnächst ein Buch von Rüdiger Dahlke und so. Das sind alles Autoren, die sich kritisch mit dem Impf-Narrativ beschäftigen. Insofern passt es schon auch. Sie haben gesagt, das Impfbuch war noch erfolgreicher als vom Verlust der Freiheit. Können Sie Erfolg konkretisieren? Geht es da um Verkaufszahlen? Geht es um positive Rezensionen in den Leitmedien? Es geht leider nur um Verkaufszahlen und nicht so sehr um die Wahrnehmung in den großen etablierten Medien. Denn diese Bücher, kritische Bücher zu diesen Themen, wie ich sie mache, werden natürlich entweder totgeschwiegen oder verrissen, eins von beiden. Aber die vorrangige Strategie, die auch sehr gut aufgeht in der letzten Zeit, ist über diese Titel gar nicht mehr zu berichten. Also das ist sehr effektiv. Und trotzdem gibt es natürlich eine freie Medienszene, in der solche Bücher sehr wohl empfohlen werden und weitergereicht werden. Und das reicht aus, um für heutige Verhältnisse beachtliche Verkaufszahlen zu erreichen. Die Tageszeitung Die Welt hat im Dezember über das Impfbuch geschrieben. Zwei junge Journalisten haben ihn dort vorgeworfen. In diesem Buch werde, ich zitiere, geschwurbelt, geraunt und gezweifelt, was das Internet so hergibt. Und zwar, geht noch weiter, von einem Künstler und nicht von einem Arzt. Haben Sie mit solchen Reaktionen gerechnet? Ich habe eigentlich, wenn ich jetzt den Job auf der anderen Seite hätte machen müssen und jemanden in der Art hätte kaltstellen müssen, hätte ich wahrscheinlich die gleiche Strategie gewählt. Ich fand es trotzdem unglaublich frech, weil das Ganze eine Vorgeschichte hatte. Die beiden Autoren, die beiden Weltautoren hatten sich beim Verlag gemeldet, hatten sich ein Briefing geholt über meine Person. Und beide wussten, dass ich eine langjährige medizinische Fachausbildung habe, dass ich als Dozent gearbeitet habe. Ich habe unter anderem auch als Dozent für Infektionskrankheiten gearbeitet und für Labortechnik. Also ich bin wirklich alles andere als ein Laie. Zugegeben, in den letzten 20 Jahren ist das nicht meine Hauptprofession. Aber mich als Kunstmaler zu framen, der ich natürlich auch bin, und die ganze medizinische Seite zu verschweigen, ist natürlich Vorsatz gewesen. Und beide Autoren wussten das und haben natürlich den Aufhänger ganz bewusst gewählt. Es hört sich auch irre an. Also Kunstmaler schreibt ein Buch über die Impfung, kann ja nur ein Schenkelklopfer sein, kann nur ein Lacher sein. Das haben wir ja bei Viviane Fischer vom Corona-Ausschuss auch so erlebt. Die Rechtsanwältin ist, aber im Tagesspiegel als Hutmacherin läuft, wo man sich dann auch fragt, was muss ich eine Hutmacherin mit Corona beschäftigen? So ist es. Das ist die Strategie. Wahrscheinlich war ja Ihr Verbrechen, dass Sie an einem Konsens gerüttelt haben mit diesem Impfbuch. In dieser Weltrezension wird ja davon geschrieben, dass es sicher sei, dass es sich bei diesen sogenannten Impfstoffen um sichere, erprobte, zugelassene, hochwirksame Substanzen handelt. Und daran haben Sie offenbar gezweifelt. Dann habe ich zusammengenommen mit vom Verlust der Freiheit wahrscheinlich auf ein paar hundert Seiten gezweifelt. Erstaunlicherweise nicht aus irgendwelchen verschwurbelten Quellen, sondern das ist ja das Schöne, dass man heutzutage, gerade jetzt ist es so, dass hochoffizielle Quellen, selbst das RKI kommt nicht mehr umhin zuzugeben, dass das Narrativ, wie es erzählt wurde, komplett eigentlich implodiert ist. Und die Autoren haben offensichtlich das Buch erstens nicht gelesen, das ist klar. Die haben allenfalls den Klappentext gelesen und da ist klar, es ist eine kritische Position und das muss abgeschossen werden. Und sie haben es ganz elegant gemacht, erstens mich als Kunstmaler zu framen, zweitens die Schuld Amazon in die Schuhe zu schieben. Sie haben sich sehr darüber echauffiert, dass dieses Buch wochenlang auf drei ersten Plätzen war und haben sozusagen Amazon indirekt zur Zensur aufgefordert und gesagt, solche Bücher müssten verboten werden, die müssen vom Markt genommen werden und haben sich in ihrer Kritik dann auf Amazon eingeschossen. Das scheint ja eh ein Mechanismus zu sein, dass man die Digitalplattformen auf diese Weise unter Druck setzt. Wir haben das bei Spotify ja wenig später dann erlebt. Klar, man will alle Kanäle verstopfen, auf denen man Informationen bekommen kann, die dem hegemonialen Narrativ widersprechen. So ist es, das ist die Strategie. Also explizit natürlich auf die digitalen Medien dann einzuschlagen und zu sagen, einfach den Frame zu setzen, das ist definitiv Schwurbelei. Da braucht man gar nicht weiter drüber nachdenken, denn diese Impfungen sind geprüft und sicher. Das war auch der einzige Satz, der dazu noch fiel. Und ab da geht es eigentlich nicht mehr um die Inhalte und um die einzelnen Kritikpunkte, denn wenn man sich mit denen auseinandersetzen würde, dann hätte man ein ziemlich dickes Brett zu bohren und müsste sich am Ende doch recht kleinlaut äußern. Aber darauf lässt man sich gar nicht mehr ein, sondern man echauffiert sich und das war's. In der Corona-Krise schreiben Sie im Buch vom Verlust der Freiheit. In der Corona-Krise habe sich das, Zitat, Transtrauma-Psychogramm vieler Babyboomer wie unter einem Brennglas verdichtet. Was meinen Sie mit diesem Transtrauma-Psychogramm vieler Babyboomer und warum ist es wichtig, wenn wir diese Krise verstehen wollen und die, in die wir gerade hineinschlittern? Dazu müsste ich ein bisschen ausholen und vielleicht ganz kurz das Transtrauma... Also wir haben ein bisschen Zeit, ja. Schön. Also ganz kurzes Transtrauma skizzieren. Ich bin, wie Sie gesagt haben, klassischer Babyboomer und meine Eltern waren im Krieg Kriegskinder und haben beide ein ziemlich klassisches deutsches Trauma erlebt. Und meine Mutter ist aus dem Osten geflohen, bei minus fünf Grad auf dem Pferdewagen. Mein Vater ist in der Operation Gomorra bombardiert worden in Hamburg. Beide Kinder sind im Krieg traumatisiert worden. Meine Großmutter hat den Krieg nur drei Wochen überlebt, ist danach an Auszehrungen gestorben. Einige Familienmitglieder sind gestorben und so weiter. Das heißt, meine Eltern waren definitiv traumatisiert. Nun waren das Millionen, Millionen Deutsche, denen es genauso ging. Und es war natürlich auch jahrelang absolut tabu, über die deutsche Opferperspektive zu sprechen. Das heißt, weder wurde es therapeutisch aufgearbeitet, noch hat man darüber überhaupt gesprochen. Und es hat eigentlich ungeheuer lange gedauert, bis irgendwelche Psychologen systemisch das Phänomen des Transtraumas untersucht haben. Das ging eigentlich erst mit dem Jugoslawienkrieg los, dass man festgestellt hat, dass Kinder, die im Krieg derart traumatisiert werden, einen besonderen Umgang mit ihren Kindern pflegen, nämlich einen sehr distanzierten, weil sie ihr eigenes Trauma nicht mehr evozieren wollen. Und die Kinder, also die Folgegeneration, die von derart distanzierten Eltern erzogen wird, neigt dazu, sich selbst infrage zu stellen, weil diese unverbrüchliche Liebe und Zuwendung, die Eltern normalerweise für ihre Kinder aufbringen können, so nicht gegeben werden konnte. Und der klassische Kriegsenkel, das ist so ein Begriff, der sich dann in der Szene etabliert hat, für die Nachfolgegeneration der Babyboomer, hat nicht jeder, es ist natürlich wahnsinnig spannend zu sagen, wie ist die Resilienzforschung, wen trifft es, wen trifft es nicht. Natürlich, aber einige haben ein psychotypisches Psychogramm entwickelt, der Selbstinfragestellung, wo es darum ging, immer zu sagen, bin ich richtig, ist das richtig, was ich fühle? Viele haben sich nicht binden können, konnten keine Beziehungen eingehen. Viele haben Studium abgebrochen, neue Studiengänge angefangen, waren unstet, haben sehr verspätet Karriere gemacht. Das heißt, es gibt verschiedene Punkte, die man beforscht hat, was diese Kinder, die in dieser Selbstinfragestellung aufgewachsen sind, an verzögerter Entwicklung hatten. Und bezeichnenderweise hat man jahrelang, als das Thema aufkam in der Literatur, also der Europa Verlag beispielsweise hat, glaube ich, neun oder zehn Titel zum Thema gemacht, unter anderem ein Buch von mir, wo es genau um dieses Thema geht, die Heimat der Wölfe, hat man jahrzehntelang von einem Defizit gesprochen. Das heißt, es ging immer darum, was hat diese Generation, was fehlt dieser Generation. Und nun gibt es einen Kipppunkt, in dem plötzlich das gesamte Narrativ in der einschlägigen Szene komplett anders wurde, nämlich 2015, als im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise plötzlich die deutschen Babyboomer mit besonderen Skills dargestellt wurden. Also mit einer besonderen Hilfsbereitschaft, mit besonders großem Herzen und die Träger der Willkommenskultur sozusagen waren. Was offensichtlich auch so war. Das heißt, es gab ganz viele, die die ganzen Zielkonflikte, die man heute jetzt besprechen darf, die durfte man 2015 nicht erwähnen und auch nicht besprechen. Diese ganzen Zielkonflikte wurden nicht mitgedacht und es galt einfach ein Jahr lang der Rausch der Willkommenskultur, getragen von den Kriegsenkeln. Und dieser Switch vom erst defizitären, die defizitäre Sichtweise auf einmal, zu den besonderen Skills des besonders großen Herzes, der ging mir zu schnell, der war mir auch zu platt. Und ich habe das sozusagen als Kompensation gesehen, dass speziell diese Generation der Meinung ist, etwas gut machen zu müssen, daher der Titel. Die Wiedergutmacher, ja. Die Wiedergutmacher und auch sich weigert, bestimmte Zielkonflikte sauber zu Ende zu denken. Und das ist im Grunde genommen der infantile Kerncharakter dieser Generation. Und man sagt, was ist das für eine typisch deutsche Generation, die in erster Linie auch gut sein will, die definitiv auch die richtigen Ziele hat und anpeilt, aber unerwachsen sich weigert, die Zielkonflikte zu Ende zu denken. Wir waren ja bei der Corona-Krise. Welche Zielkonflikte sehen Sie da und wie bringen Sie diese Argumentation jetzt in die Gegenwart? Also die Zielkonflikte bei der Corona-Krise sind offensichtlich, dass im Grunde genommen alle politischen Entscheidungen, ob das jetzt der Lockdown war, ob das die Maskenpflicht ist, ob das die Impfung und womöglich noch Zwangsimpfung ist, ungeheure Kollateralschäden produziert und produzieren wird weiterhin. Die Schäden der Maske sind immens, die psychischen Schäden der Kinder sind immens, die wirtschaftlichen Schäden sind immens, Die gesundheitlichen Schäden sind wahnsinnig immens. Also das, was sich am Ende über die Impfung ausgestellt hat, war schlimmer, als man es erwartet hat, schlimmer, als die Kritiker es überhaupt erst erahnt haben. Das heißt, es gibt eine endlose Reihe von Zielkonflikten, die, wenn man sie zu Ende gedacht hätte, erwachsen. Und wenn man von Anfang an eine offene Debatte zugelassen hätte mit Wissenschaftlern, die von Anfang an kritisiert haben, und das waren renommierteste, ehrbarste Wissenschaftler, wenn man die Debatte zugelassen hätte und wenn die Medien nicht versagt hätten, wenn das beides passiert wäre, hätten wir die Krise so nicht gehabt und wir hätten auch diese Kollateralschäden nicht gehabt. Und der Grund, dass derart an die Wand gefahren wurde und derart ignoriert wurde, hat mehrere Aspekte, aber mein Aspekt, den ich eben in den vorgegangenen Büchern schon beschrieben habe, ist unter anderem das Transtrauma. Sie haben gerade gesagt, wenn man das Erwachsen zu Ende gedacht hätte, da klingt der Vorwurf mit, Babyboomer sind bis heute Kinder geblieben, oder habe ich es falsch verstanden? Tiefenpsychologisch ist es immer so, dass wenn Individuen in ihrer Kindheitsentwicklung gehindert werden, authentisch sein zu dürfen und authentische Gefühle zeigen zu dürfen oder aber in diesen Gefühlen nicht abgeholt zu werden, dass sich gleichsam eine Art psychischer Zustand einfriert und erhalten bleibt, der ein Leben lang darauf wartet, dass er diese Antwort irgendwann noch bekommt. Also es ist tatsächlich eine Form von Infantilisierung, die im Trauma entsteht und die sich sozusagen weigert, erwachsen zu werden. Und oft, wenn man Pech hat, auch noch mit einer narzisstischen Komponente. Das heißt also, dass die Psyche glaubt, kompensieren zu müssen, weil man nicht richtig ist und das verdecken will und das sozusagen verschleiern will und dann besonders erfolgreich ist. Und besonders erfolgreich kann man natürlich nur sein in einer Gesellschaft, die sich immer mehr polarisiert, wenn man das allgemeine Massen-Meme bejaht. Also wenn man die großen Knöpfe, die man drücken muss, um dazuzugehören, um richtig zu sein, wenn man die nach Leibeskräften unterstützt und nicht in die Kontroverse geht. Da stecken jetzt mehrere Definitionsmerkmale von Erwachsensein drin. Authentisch habe ich mir gemerkt. Dann gegen den Strom schwimmen, sich nicht der Masse unterwerfen. Ist es das, was Sie mit Erwachsensein meinen? Genau das, aber natürlich noch viel mehr. Es geht natürlich auch darum, dass ein Erwachsener irgendwann gemerkt und gelernt haben sollte, dass er die Welt nicht beherrscht, dass er in ein Schicksal gestellt wird, dass alle Entscheidungen ausgepreist sind, immer ambivalent sind, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, dass man nicht einfach sagen kann, also Kinder haben eben ein anderes Weltbild. Für Kinder ist die Welt sehr aufgeräumt. Da gibt es Gut und Böse und da kann man sagen, das ist die Lösung und die machen wir jetzt und so. Als Erwachsener weiß man, dass die Welt anders ist, dass jede Entscheidung bezahlt ist, dass sie gut gemeint sein kann, aber Schlimmes produziert und, und, und. Das sollte man als Erwachsener wissen. Und man sollte als Erwachsener kleinlauter werden, man sollte als Erwachsener die Pluralität von Meinungen zulassen, man sollte sich eine Meinung bilden, man sollte Medienkompetenz erlernen, man sollte vielleicht auch mal ein Buch in die Hand nehmen. Das sind alle Skills, die man als Erwachsener braucht. Und unsere Gesellschaft leidet eben allgemein unter ungehorer Infantilität. Nur noch Headlines werden gelesen, es wird schnell weggewischt. Im Grunde genommen braucht man die Oberflächlichkeit der Informationsbeschaffung, Informationsbeschaffung dient eigentlich nur dazu, das vorrangige Meme abzugreifen, zu sagen, was gilt jetzt, wen muss ich jetzt hassen? Die Ungeimpften oder neuerdings die Russen. Und dann wird ganz schnell geblättert und dann dockt man sich an und dann ist man auf der richtigen Seite. Und das ist natürlich ein schrecklicher Zustand der Gesellschaft. Und die spannende Frage ist natürlich, wie man das wieder zurückdrehen kann. Vielleicht müssen wir erst mal noch beschreiben, wie dieser Zustand der Gesellschaft ist. Ich habe noch ein Zitat aus Ihrem Buch. Sie schreiben dort aus dem Buch vom Verlust der Freiheit. Sie schreiben dort, dass Corona der Brandbeschleuniger auf dem Weg in die Unfreiheit ist. Diese Metapher vom Brandbeschleuniger schließt für mich zumindest ein, dass das Brennholz schon da war und die allermeisten anderen Zutaten auch schon da gewesen sind. Das führt zu einer Gesellschaft, die uns offenbar in unserer Mehrheit nicht erlaubt, erwachsen zu werden in dem Sinne, wie Sie es beschrieben haben. Genau. Und das ist auch gar nicht gewünscht. Also es ist tatsächlich so, dass hinter den großen Angstnarrativen der Neuzeit, die sich um die Themen Massenmigration drehen, die sich um die Themen Klimawandel drehen, die sich um die Themen Agenda-Politik drehen und so, eigentlich, wenn man da ein bisschen dran kratzt, sieht man, dass die Protagonisten, die diese großen Narrative erzählen, mit zwei Instrumenten arbeiten, nämlich erstens mit Moral und zweitens mit Angst. Also es geht darum, eine Hypermoral zu etablieren, politische Korrektheit zu etablieren, ein Wording zu etablieren, das, aus dem man nicht ohne weiteres entkommt. Oder man wird eben schwer abgestraft, wenn man das nicht bedient. Das Zweite ist das Thema Angst, dass man einfach sagt, ganz besonders sichtbar natürlich in der Klimakrise, wir werden alle in zwölf Jahren verdampfen, die Meeresspiegel steigen. Es gibt eben auch visuell eine ungeheuer mächtige, wirkmächtige Umsetzung der Klimakrise. Wenn man sich die Cover anguckt der letzten Jahre, das Stern oder das Spiegel oder so, das sind immer hochdramatische Cover, da liegen irgendwelche... Ein Eisbär auf der Scholle. Eisbär auf der Scholle, ausgebleichte Knochen in der Wüste. Gletscher, die Kalben, solche Sachen, ja. Ja, also es ist wirklich bedrohlich und man hat unheimlich lange schon mit diesem Angst-Narrativ gearbeitet. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer war das eigentlich? Also wer steckt hinter diesen Strukturen, die Klimaerzählung? Ich will jetzt gar nicht im Grunde genommen in Abrede stellen, dass der Klimawandel real ist. Ich will nur gucken, welche Nutznießer sind im Hintergrund und was nützt es, dieses Narrativ besonders auszubauen und auszunutzen. Dann kommt man auf dieselben Leute oder ähnliche Netzwerke wie in der Corona-Krise. Das ist kein Zufall. Und das, was mich so erschreckt hat vom Verlust der Freiheit, ist, dass die Strategiepapiere, die geschrieben wurden für den Umgang mit Corona, erstens zu einem Zeitpunkt erschienen sind, so früh erschienen sind, dass sie strategisch in der Kürze der Zeit gar nicht hätten geschrieben werden können. Das heißt, diese Strategiepapiere sind verdächtig schnell und verdächtig vermutlich schon länger in den Schubladen gewesen. Und das Zweite, was ungefähr auffällig ist in den Strategiepapieren, ist, dass das auf das Engste mit der Klimakrise verknüpft ist. Das Narrativ wird verbunden. Diese Narrative werden verwoben. Es gab eine Zeit lang auch mal das gängige Narrativ, dass die Klimakrise mitursächlich für Corona ist. Und dass jetzt das Zeitfenster für eine radikale Neustrukturierung offen steht. Und das wird immer von denselben Leuten behauptet. Ja, mich hat Ihr Buch ja eher in eine Art Depression versetzt. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich wieder mit halbwegs Optimismus in die Welt sehen konnte. Habe dann danach erst Ihr Buch über die Heldenreise als Künstler gelesen, das ja 2013 erschienen ist. Das war noch deutlich optimistischer. Da haben Sie geschrieben, dass Sie glauben, dass der Widerstand gegen globale neoliberale Machtstrukturen steigt, dass Selbstbestimmung als Wert in der Gesellschaft insgesamt an Gewicht gewinnt. Was ist passiert zwischen 2013 und diesen beiden Büchern? 2015 und alle Folgejahre danach. Und ich muss es ja zugeben, ich habe bis 2013, glaube ich, noch ein bisschen geschlafen. Und ich habe den Vorsatz und die Strukturen, die im Grunde genommen hinter diesen Narrativen stehen, unterschätzt. Ich war auch noch so naiv zu glauben, dass die Medien einigermaßen die Realität abbilden. Also ich bin im Westen aufgewachsen und habe immer das Gefühl gehabt, wir leben ja in einer wirklich freien Demokratie. Wir haben das Glück, dass die Medien funktionieren, dass die vierte Gewalt funktioniert. Ich glaube dir ernsthaft, man kann sich mit den etablierten Blättern einigermaßen Bild der Realität schaffen. Und nach 2015 ist diese Illusion bei mir vollkommen implodiert. Also es war vollkommen klar, das funktioniert so nicht, die Medien funktionieren so nicht. Und man muss sich da wirklich anders aufstellen, man muss eine Medienkompetenz entwickeln. Und das Tragische ist ja, dass diese Medien im Westen, also im Osten wusste man es wenigstens. Im Osten wusste man, dass die aktuelle Kamera nicht nur die Wahrheit sagt und man konnte damit anders umgehen. Man wusste, wer die aktuelle Kamera bezahlt und hat die immer als Sprachrohr der gerade Herrschenden gesehen. Man konnte aus der aktuellen Kamera schließen auf die Interessen der SED-Spitze. Genau. Und dieses Bewusstsein, das bildet sich ja bis in die heutige Zeit ab, dass man einfach im Osten eine viel wachere und eine viel höhere Medienkompetenz hat. Und der Westen immer noch von dem Nimbus lebt, was die Tagesschau spricht, ist sozusagen, da spricht die Wahrheit persönlich und das objektiver geht es alles nicht. Und wir leben im freisten Westen aller Zeiten und zum Glück werden wir so offiziell auch heute wieder das ganze Wording, dass wir ja genau wissen, was in der Ukraine vorgeht. Und die armen Russen werden an der Nase vorgeführt und die wissen überhaupt nicht, was da abgeht. Gut, das letztliche Erfolg der westlichen Journalismusideologie, die behauptet, dass diese Medien unabhängig, autonom, objektiv sein können. Man, genauso wie die Demokratieerzählung uns erzählt, dass wir irgendwas mit den Entscheidungen zu tun hätten, die in unserem Namen getroffen haben. Und das funktioniert, weil man das von Kindheit an erzählt bekommt. DDR-Bürger haben mindestens diesen Bruch drin. Die haben in der DDR nie geglaubt, dass die Medien unabhängig sein können, haben auch den Westmedien immer unterstellt, dass sie bestimmte Interessen vertreten. Man hat der Tagesschau nicht abgenommen, dass sie objektiv ist, sondern gewusst, da spricht der Klassenfeind zwar in einer etwas gemäßigten Sprache, nicht kriegerisch und so, aber man hat auch da Interessen hinter vermutet. Genau. Vielleicht eine letzte Frage zu dem transgenerationalen Trauma, weil Sie die Stichworte Ost und West gerade erwähnt haben. Ihre eigene Familiengeschichte handelt ja von Bessarabien und Hamburg. Meine Frage war dann, haben Sie sich mit diesem Konzept auch mal mit Ostdeutschen beschäftigt? Mit dem, was da die Rote Armee zum Beispiel nach dem Krieg gemacht hat. Ist sowas auch in Ihren Recherchen vorgekommen oder ist das ein rein Hamburg-Bessarabisch-Westdeutscher Blick? Also es ist schon sehr West, also das ist schon, den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen, das ist ein sehr westdeutscher Blick, das ist so. Und ich habe auch festgestellt, dass wenn ich damals Lesungen gemacht habe mit Die Heimat der Wölfe, und das Publikum war teilweise gemischt und Teile kamen aus dem Osten, dass das aus dem Osten anders wahrgenommen wird. Und auch, dass dieses Trauma, das ich ja auch ausformuliere als besondere Schuldneurose, also im Sinne, dass der Westen sich besonders schuldig fühlt, und dass das im Osten nochmal vollkommen anders wahrgenommen wurde und dass der Osten bei weitem nicht diese Schuldneurose hat wie der Westen. Weil die Verdrängung dort ja noch stärker war. Man durfte ja nichts erzählen, was dem großen Bruder, dem Freund in der Sowjetunion irgendwie schaden konnte. Das stimmt, aber das Narrativ, das offizielle Narrativ war eigentlich erstmal, dass man zu den Guten gehört hat, dass der Klassenfeind und die Nazis alle außen sitzen und man selber gar nicht so sehr diese Dauerschleife der Schulddebatte hatte wie im Westen. Während im Westen eigentlich schon von Anfang an sozusagen diese Schulddebatte gelaufen ist. Es ist ein anderer Umgang gewesen. Und viele haben ja auch gesagt, ein ostdeutscher Analytiker hat mir immer gesagt, wir haben irgendwie so lax, ich kriege den Satz nicht mehr zusammen, aber sinngemäß, wir haben unsere Schuld abgesessen oder irgendwie sowas. Also im Sinne, wir haben unsere Schuld bezahlt oder so. Und es ist ein anderer Umgang damit. Und ich muss mir gefallen lassen, dass meine Sicht natürlich westlich ist im Zug auf das Thema. Das heißt also, Publikum aus dem Osten ist nicht so angesprungen auf die Heimat der Wölfe? Das kann man nicht sagen, weil das Individualschicksal also ja durchaus auch teilweise geteilt wird. Ich meine, man muss sich die Zusammensetzung der Bevölkerung im Osten mal angucken, wie viel der Flüchtlingsanteil war. Meine Freundin selbst kommt aus dem Osten, die ist in Schwerin geboren. Ich habe dadurch natürlich ungeheure Einblicke in die ganzen Ostfamilien und kann sagen, das ist eben auch ein Flüchtlingsschicksal gewesen. Das ist, da gibt es ungeheure Parallelen. Es ist nicht so, dass man als Ostdeutscher automatisch mit diesen Thesen nichts anfangen kann. Klar, vielleicht hat man im Rückblick sich, vielleicht denkt man im Rückblick, okay, wir haben das halt erduldet, diese 40 Jahre in etwas weniger Wohlstand zu leben. Das reicht aus als Bezahlung. So ungefähr. Ja, denk mal. Zu einem anderen Thema wollte ich gerne kommen, noch zum Thema Kunst. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es in Deutschland wegen des Autoritätsglaubens kaum resiliente Kräfte geben würde, die sich supranationalen Organisationen widersetzen. Warum gibt es so wenig Widerstand aus der Kunst? Naja, wir haben sozusagen ein doppeltes Problem in der Kunst. Also wir haben erstens natürlich die gleiche Frage wie im Querschnitt der Gesellschaft. Inwieweit haben sich auch Künstler überhaupt individuiert und entwickelt und tatsächlich dahin entwickelt, was wir vorhin skizziert haben, nämlich zum Erwachsenen. Künstler sind ja auch nur Teil der Gesellschaft und haben genauso an der mangelnden Ausreifung gelitten wie alle anderen. Künstler haben aber ein zweites Problem on top. Sie sind sozusagen, sie gehören zu einem ungeheuer prekären Berufsstand. Etwas ähnliches haben Sie ja selbst mal beschrieben über Journalisten. Ich glaube, dass das eine gewisse Gemeinsamkeit gibt. Also dass man in Berufen, die so prekär sind, dass man natürlich immer gucken muss, wo man bleibt oder wirklich mit einem Bein im Hartz-IV-Bezug steht, schon sehr, sehr, sehr befriedetes Inneres braucht, um mit diesen Mangelsituationen umzugehen und um sich nicht korrumpieren zu lassen. Und im Bereich Journalismus haben Sie das ja mal ganz gut ausgeführt, dass die Journalisten im Grunde nur darauf lauern, die Seiten zu wechseln und zu sagen, oh, wer weiß, vielleicht kann ich mal als Regierungssprecher oder als Sprecher irgendeines Ministerpräsidenten oder sonst wie arbeiten. Und ich will mir das jetzt sozusagen mit dem System nicht versauen. Und so ein bisschen ist es auch für Künstler. Es gilt, es gibt einfach ein ganz bestimmtes Viereck, in dem man sich irgendwie bewegen muss. Das sind bestimmte Knöpfe, auf die muss man drücken, wenn man überhaupt im Kunstdiskurs vorkommen will, wenn man auf Kunstpreise aus ist, wenn man irgendwelche Stipendien erwartet oder so. Dann muss man für die Willkommenskultur sein, man muss für den Klimawandel gegen den Klimawandel sein. Man muss für Diversität sein und so weiter. Es gibt also eine Klaviatur, die muss man bespielen. Und innerhalb dieses Rahmens kann man dann einzelne Positionen ausformulieren. Das ist natürlich idiotisch. Also so sollte Kunst eben nicht funktionieren. Kunst sollte nicht vorgegebenen Rahmen in einem politisch korrekten Diskurs abnicken und bestätigen, sondern natürlich provozieren. Wir kommen gleich nochmal zurück zu diesem vorgegebenen Rahmen. Ich will vielleicht noch ergänzen die Erfahrung, die ich in meinen Studien zum Journalismus gesammelt habe. Es ist vielleicht ein bisschen anders noch als in der Kunst. Ich glaube, Journalismus muss man sich heute leisten können, weil der Weg zu gut bezahlten Stellen sehr weit ist. Ich muss also in teuren Städten, München, Hamburg, Köln, mittlerweile ist Berlin auch teuer, muss ich eine lange Durststrecke durchlaufen, bis ich mal eine feste Position habe. Das führt dazu, dass eigentlich nur Töchter und Söhne aus gut betuchten Haushalten in den Journalismus gehen. Zumal der Beruf schrumpft. Es gibt weniger feste Positionen. Auf lange Sicht gibt es weniger feste Positionen. Das Beispiel, was Sie erwähnt haben, das war eine, ich glaube, eine Ministeriumssprecherin, die darüber geklagt hat, dass kaum noch Journalisten zu ihren Pressekonferenzen kommen würden. Zumindest nicht, um Fragen zu stellen, sondern eigentlich nur, um sich nach dem Stellenmarkt zu erkundigen. Gibt es bei euch irgendwann was, was frei ist? Und wir haben es ja nach der letzten Bundestagswahl erlebt. Da sind hoch dekorierte Journalisten ins Regierungssprecher abgegangen. Die neue Sprecherin von Frank-Walter Steinmeier war im Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung, Kerstin Gammelin. Der alte Sprecher ist zurück zum NDR. Da haben wir also richtig so einen Drehtüreffekt, der zwischen Regierungsseite und Journalismusseite führt. Also ich glaube auch in Rheinland-Pfalz war so ein Beispiel, dass drei von vier Landeskorrespondenten der Tageszeitung in relativ kurzer Zeit in verschiedene Ministerien als Sprecher gingen. Da gibt es also einen gut bezahlten Markt. Im Ministerium Sprecher sein heißt, ich habe um 17 Uhr Feierabend, ich muss nicht wie ein Journalist noch 24-7 da irgendwie im Dienst sein. Ich habe nochmal eine zweite Studie gemacht, da ging es um Filmregie. Und da war letztlich der gleiche, vielleicht sogar noch ein stärkerer Effekt zu beobachten wie im Journalismus. Auch Filmregisseure in Deutschland haben einen sehr gut betuchten Hintergrund. Auch da muss man sich leisten können, über Jahre an einem Projekt zu arbeiten, bis man mal eine Förderung bekommt, bis man so ein Projekt mal zu Ende bekommt. Den ersten Film drehen alle, aber dann den zweiten, den finanziert zu bekommen, ist schwierig. Deswegen brauche ich Leute, die mich finanzieren. Das ist gerade ja bei Ihrer Art, Kunst zu machen als Einzelkämpfer, anders als in diesen Bereichen, wo man sehr viel Geld dahinter braucht. Auch einen Film, das ist einfach, wenn er gut werden soll, ein Millionenbudget. Sie kommen wahrscheinlich mit 30.000, 40.000 Euro Jahresbudget aus, um ihr Atelier zu bezahlen, ein bisschen Farbe und Leinwand zu kaufen, rumzutouren, Ausstellungen zu machen. Das ist also wahrscheinlich günstiger zu haben. Ja, ich finde, ein bisschen ist gut. Also wenn man sich, ich habe ja jahrelang als Juror gearbeitet für den Berliner Berufsverband, BBK. Und am Ende habe ich die Kommission geleitet. Und das ist eine Kommission, die entscheidet darüber, wer in den BBK aufgenommen werden soll, der kein akademisches Kunststudium hat. Mit Studium wird man automatisch aufgenommen? Mit Studium braucht man eigentlich nur einen formalen Antrag stellen und ist automatisch im Berufsverband. Aber es gibt natürlich auch Autodidakten, die sehr professionell arbeiten. Und dafür gibt es eine Kommission, die prüft, ob es sich wirklich um einen professionellen Künstler handelt. Und da war ich der Juror. Und wenn man diese Arbeit macht, sieht man erstens, dass Akademiker nicht unbedingt bessere Künstler sind als Autodidakten. Und zweitens beschäftigt man sich natürlich auch mit der gesamten wirtschaftlichen Situation von Künstlern. Und schlussendlich ist es so, dass 70 Prozent der professionellen Künstler im BBK, das sind also entweder Akademiker oder Geprüfte, die diese Prüfung bestanden haben und als Berufskünstler gelten, 70 Prozent davon stehen mit einem Bein immer wieder in Hartz-IV-Bezug. Das heißt, denen geht es so schlecht, dass die bei Hartz-IV gemeldet sind als Aufstocker und mit so einem Budget wie 30.000 gar nicht hantieren. Das ist noch alles geschönt. Das sind viel geringere Summen, das ist viel ärmlicher. Und wirklich ein Atelierbetrieb, wie ich es tatsächlich gemacht habe, mit großen Ölgemälden, Großformat, also museal gedacht, große Formate überhaupt zu betreiben. Schade, dass wir das hier nicht zeigen können. Ja, das sind keine kleinen Bilder. Das ist ohne Zuverdienst oder Unterstützung oder wo auch immer das Geld herkommt für die ersten Jahre fast nicht möglich. Ich kann das von Schauspielern, die ja Zeitverträge haben, an Intendanten hängen, beim Intendantenwechsel ihre Verträge verlieren. Hat das irgendeinen Vorteil, wenn ich in diesem Berufsverband bin, für den Sie in der Jury gesessen haben? Naja, nicht wirklich. Also es gibt natürlich sowas wie, das soll so ein bisschen Lobbyverband sein, gerade bei so Streitgeschichten, wenn es um Hartz IV geht oder wenn das um die KSK oder um... Künstlersozialkasse. Ja, genau, um die Künstlersozialkasse. Oder wenn es darum geht, noch überhaupt bezahlbaren Atelierraum, es gibt Atelierraumvergaben und so weiter. Okay. Es ist im Grunde... Aber auch da, das, was da mal durchsickert an Zuwendung, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Lassen Sie uns zu dem Rahmen zurückkommen, in dem Kunst im Moment agiert. Sie haben ja schon über Ihr Damaskuserlebnis gesprochen oder zumindest angedeutet 2015. Auch den Schritt vom Maler zum Sachbuchautor haben Sie mit dem persönlichen Entsetzen begründet, mit dem Entsetzen über die ersten Einschränkungen von Kunstfreiheit 2015. Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Ist die Kunst in Deutschland nicht mehr frei? Ja, ich habe... Das ist im Grunde genommen schon vorher. Also um das nochmal klarzustellen, das Damaskuserlebnis im Sinne der Bewusstheit über den Zustand der Medien, den hatte ich ja wirklich erst 15. Mein Buch ist ja Jahre... Das Künstlerbuch ist Jahre davor geschrieben worden. Und da geht es tatsächlich erst mal, zunächst mal um die Wahrnehmung des Quereinstiegs in den etablierten Kunstmarkt. Also wie hermetisch der Kunstmarkt ist. Aber ich muss dazu sagen, natürlich immer aus Perspektive eines bildenden Künstlers und ehemaligen Therapeuten. Das heißt also, ich habe... Das ist ein sehr psychologisches Buch. Und ich habe sozusagen sondiert, wie es überhaupt möglich ist, in diesen etablierten Kunstmarkt reinzukommen. Und da habe ich dann eben festgestellt, was ich eigentlich für ein antiquiertes Kunstverständnis als Autodidakt hatte. Also dass mein Kunstverständnis tatsächlich offensichtlich noch aus der Moderne oder sogar aus der Romantik stammt, jedenfalls nicht zeitgenössisch ist. Weil mein selbstverständliches Kunstverständnis war, dass man sich selbst erfahren muss, dass es eine Art Selbsterfahrungstrip ist, dass man nach innen geht, dass man versucht, sich zu individuieren, dass man authentisch ist, dass man vielleicht schmerzhafte Bereiche bearbeitet oder so. Und ich habe dann festgestellt, dass es in der etablierten Kunstszene eigentlich Schnee von gestern ist. Also da geht es um vollkommen andere Positionen. Es geht um taktische Positionen, es geht um Konzept, es geht um kluge Positionen. Es geht im Grunde genommen, wenn man es ein bisschen zynisch ausdrückt, um kluge Insiderwitze, die man sich erzählt, die man auch nur versteht, wenn man zur Szene gehört. Und wenn man Kunst studiert hat, da hängt dann eben eine Socke, die wird an die Wand genagelt. Das ist ein wahnsinniger Brüller. Und das ist ungeheuer tiefsinnig tatsächlich, wenn man das entsprechende Booklet dazu liest und sich da in das Konzept eingelesen hat. Aber der gemeine Besucher, der findet jetzt das nicht besonders witzig. Der sagt, da hängt eine Socke an der Wand, so what? Das kann ich auch. Ich habe ein schönes Zitat mir gemerkt aus einem ihrer Bücher. Gute Kunst muss mir ein Geheimnis über mich selbst verraten, als Betrachter. Und die Socke an der Wand würde mir wahrscheinlich jetzt kein Geheimnis über mich selbst verraten. Möglicherweise ja doch. Man müsste es sehen. Also tatsächlich das, was ich als Kunst empfunden habe und auch immer noch nach wie vor als Kunstideal habe, ist nämlich genau das, dass man als Betrachter was erlebt, ohne sich vorher in ein 30-seitiges Booklet eingelesen zu haben. Bei Konzeptkunst ist das aber oft nicht der Fall. Es gibt allerdings auch wirklich gute Konzeptkunst, die redundant funktioniert, die unheimlich opulent ist, die was mit den Gefühlen macht, wenn man auf der Documenta ist und man liegt unter einer Riesensonne oder was auch immer. Das heißt, da haben wir den doppelten Boden, da gibt es ein ungehores Konzept und man hat aber auch ein sinnliches Erleben. Aber es gibt eben unheimlich viel Konzeptkunst, die wird von Leuten verspottet. Also wie Mike Krüger, der dann solche Sprüche macht, so ist das Kunst oder kann das weg? Das ist so dann so das, was im Volksmund daraus gemacht wird. Und das ist auch ein bisschen beabsichtigt. Das ist ein bisschen so, dass man auch das akademische Kunst auch ganz bewusst den Freiheitskampf der Kunst dahingehend geführt hat, nicht mehr verstanden werden zu wollen. Das führt nochmal zurück zu der Freiheit der Kunst. Ich glaube, dieses Zitat mit dem Schritt vom Maler zum Sachbuchautor, das ist im Verlust der Freiheit drin, dass sie also entsetzt waren 2015 über erste Einschränkungen der Kunstfreiheit. Also nochmal die Frage, ist die Kunst in Deutschland nicht mehr frei? Jenseits dieser Feldstrukturen, die Akademiker bevorzugen, was wahrscheinlich auch wieder mit Juryzusammensetzungen zu tun hat, mit den Geldgebern zu tun hat, mit den Erwartungen, die es dort gibt? Ja, natürlich ist die Kunst nicht mehr frei. Es gibt, es gab ja letztes oder vor, das ist ja ein Aufruf von Gunnar Kaiser und Milos Matocek zum Boykott der Cancel-Kultur. Ja, den habe ich sogar auch unterschrieben. Also waren wir beide erst unterzeichnet. Und da wird ja im Fahrwasser dieses Aufrufs, es werden ja ganz viele tagespolitische, konkrete Beispiele aufgezählt, wer als Künstler nicht mehr geht, wer gecancelt wurde, was abgehängt wird, was man alles nicht mehr machen darf und kann. Und das bezieht alle möglichen Bereiche mit ein, die ich vorhin aufgezählt habe. Ob das jetzt Diversität ist, ob das angeblicher Sexismus ist, was mir zum Beispiel vorgeworfen wurde. Wegen Bildern, ne? Ja, natürlich. Also es gibt Bildserien von mir, die kann ich heutzutage nicht mehr ohne Wahres aufhängen. In Museen oder in Galerien? Nein, die habe ich offline gestellt. Ach so, aus dem Internet. Ja, ja, ja. Aber die hängen bei irgendeinem Sammler, der sie gekauft hat? Teilweise ja. Ja. Teilweise ja. Aber das sind eben Sachen, die würden in der heutigen Wahrnehmung als sexistisch gelten, ganz klar. Und verschiedene andere Sachen, die sind sozusagen einfach nicht mehr machbar. Und wenn man umgekehrt sich anguckt, ja, was ist denn machbar? Was ist denn, was ist denn, was geht denn? Dann sind das Sachen wie, ich kriege immer regelmäßige Newsletter über die Berliner Ausstellungen und so, dann waren das die letzten Jahre irgendwelche Fotografien von Burka, Burka-Trägerinnen oder, oder, oder. Das heißt, es ist irgendein Kontext, der sich eingliedert in einen politischen Diskurs und der geht und da kann man auch was erwarten und abseits davon wird man einfach rigoros abgestraft. Und mittlerweile ist es aber auch schon wieder so, dass es natürlich Leute gibt, die das wiederum dann gerade schätzen. Also, dass man, wenn man da ein bisschen kiebig ist und ein bisschen, jetzt meine letzten Bilder beispielsweise, ironisieren so ein bisschen die Corona-Masken-Sache, die Leute haben alle Masken auf oder was weiß ich, oder Gasmasken oder was auch immer. Und es gibt natürlich auch Leute, die damit nicht einverstanden sind und die sowas durchaus gutieren, sofern sie überhaupt einen Draht zur Kunst haben. Das klingt nach einer Politisierung des Feldes, die wir ja auch in anderen Bereichen beobachten. Wir beobachten es in der Wissenschaft, in der Kirche, die Medien haben Sie zweimal schon erwähnt. Also, insofern haben wir den Übergriff der Politik in die eigentlich autonomen Systeme oder Felder, je nachdem, mit welcher Theorie man das beschreiben will, haben wir wahrscheinlich auch da zu beobachten. Ganz genau, ganz genau. Was antworten Sie Menschen wie Mike Krüger? Oder ist das Kunst oder kann das weg? Was antworten Sie Menschen, die am Sinn der Kunst zweifeln und es ablehnen, Zeit und Geld in Künstler zu investieren, gesellschaftliche Ressourcen jeder Art in Künstler zu investieren? Darüber habe ich in die Heldenreise des Künstlers ein ganzes Kapitel geschrieben. Es geht wirklich da. Es geht natürlich wirklich um die Frage, inwieweit der Normalbürger sozusagen überhaupt noch nachvollziehen kann, warum Kunst und Kultur wichtig für die Gesellschaft ist und warum Kunst und Kultur im Grunde genommen förderungswürdig ist. Und das ist ein ganz, das ist ganz schwer zu vermitteln, also weil tatsächlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung Kunst eine Art, erstens wird es als Beiwerk und ästhetisches Beiwerk wahrgenommen, nicht wirklich als Teilnahme am politischen Diskurs, sondern die viele Menschen denken, Kunst ist dafür da, ja muss es geben, man muss ja irgendwas an die nackte Wand hängen, über dem Sofa sitzt so nackt aus, wäre doch schön, wenn da ein nettes Bild hängen würde. Das heißt also irgendwie eine Art ästhetischer Kunstprozess. Ansonsten wird Konzeptkunst, wie siehe Mike Krüger, wird verlacht. Das heißt, das wird gar nicht verstanden. Das ist aber wie gesagt gewollt. Man will den Abstand ja auch. Man will hermetisch sein, man will intellektuell sein, man will sich Insiderwitze erzählen. Und zwischen dieser verlachten Position und der ästhetischen, naiven Vorstellung, also im Grunde, dass Kunst eine Art von Kitsch ist, dass die Wände verschönern soll, taucht die dritte Option, worum es eigentlich wirklich in der Kunst geht, bei vielen Bürgern gar nicht auf. Nämlich, dass der Künstler, der so wie ich Kunst schaffen verstehe, sich ganz schön nackt macht und sich individuiert im Werk und teilweise peinliche Fragen sondiert und im Werk konserviert und damit für den Diskurs rausreicht und zur Diskussion stellt, der ungeheuer transformierend sein kann für die Gesellschaft. Weil der Künstler eine Sonderrolle hat, in der er sich Dinge erlaubt, die sich in den anderen angewandten Bereichen normalerweise nicht erlaubt werden. Und das so gesehen kann Kunst Sprengstoff sein. Und deswegen ist es auch so, dass wirklich freie Kunst und provokative Kunst von allen totalitären Systemen als erstes kassiert wird. Das findet in totalitären Systemen nicht statt. Und gerade wegen dieser Sprengkraft. Denn wenn dieser Übersprung erstmal hergestellt ist, dass das, was im Innersten abgegangen ist, was man an Fragen sondiert hat, sichtbar wird, sozusagen eingefroren wird in einem Roman, in einem Liedtext oder auf einer Leinwand, wird es wahrgenommen und könnte die gleichen Seiten im Betrachter anstoßen. Und das könnte ja auch massenhaft passieren. Und das könnte zu einer ganz neuen Form von Meinungsbildung beitragen. Und sofern die nicht gewollt ist, ist das Ding natürlich auch gefährlich. Woran liegt es, dass dieser Blick auf Kunst verloren gegangen ist? Das ist einfach eine Entwicklung. Auch da muss man wieder so ein bisschen Ost und West trennen. Also ich rede natürlich immer, wenn ich von Kunst rede, vorwiegend von der bildenden Kunst. Das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich mich in den anderen Kunstsparten nicht so gut auskenne. Aber in der bildenden Kunst ist es wirklich so, dass die klassische Malerei im Westen eigentlich systematisch abgebaut wurde und sich systematisch zu einer Konzept- und Flächenmalerei entwickelt hat. Und das, was Menschen wirklich anspricht, also Figuration, in dem Fall, was mich am meisten anspricht, ist expressive Figuration und Porträtmalerei und so, das gilt in der etablierten Kunstszene eher als gestrig und verpönt. Und das war früher mal, ja, ja, vor 1945, da haben die noch so gemalt. Und im Grunde genommen, seit es die Fotografie gibt, was soll's. Also es ist kein, warum soll man noch Menschen malen? Im Osten gibt es eine andere Tradition. Im Osten war figurative Malerei immer hoch angesehen. Im sozialistischen Realismus. Ja, ja, aber es sind gute Sachen dabei rausgekommen. Es wurde im Grunde genommen, es sind tolle Sachen erhalten geblieben, auch im expressiven, schnellen Farbauftrag. So Bilder von Heisig und so, die sind ja jetzt nicht fotorealistisch gemalt. Alte Leipziger Schule, ja. Alte Leipziger Schule, da macht ja was mit allem. Das heißt, man hat die Nachvollziehbarkeit des dynamischen Prozesses des Farbauftrags im Werk eingefroren. Es ist ein ungeheuer mutiger Ausdruck. Und das ist eine vollkommen andere Geschichte. Die ist nämlich emotional zugänglich. Sie haben das gerade in so einer Passivkonstruktion formuliert. Wurde systematisch abgebaut. In meinem Weltbild sind immer Akteure beteiligt an solchem systematischen Abbau. Kann man das benennen? Woher kommt der systematische Abbau dieses Kunstverständnisses? Ja, das würde ich jetzt gar nicht so von oben herab, im Sinne eines Netzwerks, und man wollte das nicht mehr, und man hat daran gearbeitet. Aber es gab wirklich Moden. Die Kunst durchläuft Moden. Und es gab einfach eine bestimmte Ideale in den 90ern, wo man kennt natürlich die ganzen Avantgarden, die davor ja alle gelaufen ist. Ob das jetzt Dada war oder verschiedene andere Sachen, wo man ein bisschen verrückt gespielt hat. Und die Kunst war eigentlich immer auf der Flucht vor der Gesellschaft und auf der Flucht vor Vereinnahmung. Und hat immer versucht, wir machen jetzt noch was Verrückteres und wir legen noch mal einen drauf. Und jetzt darf es aber wirklich auch keiner mehr verstehen. Und am Ende ist man irgendwie bei der Konzeptkunst angelangt. Und es gab einfach bestimmte Moden im Westen, die anders gelaufen sind als im Osten. Und über diese Moden hat sich auch die Malerei, sofern Malerei war sowieso abgesagt, dass wenn man Anfang 2000 dann durch irgendwelche Kojen gegangen ist auf den Ausstellungen oder Kunstmessen, dann waren die Kojen mit Flachware, wie Bilder so nennen, die waren absolut in der Unterzahl. Und wenn man überhaupt Kojen mit Bildern gefunden hat, dann waren das lang, jetzt bewerte ich das schon, aber für mich relativ langweilige Flächenmalerei oder konkrete Kunst, wo man dann wahnsinnig lange darüber nachdenkt, ob oben rechts noch ein orangenes Dreieck gemalt wird und links die Fläche schwarz ist und hat er da. Darüber kann man auch endlos diskutieren. Aber mit mir macht das nicht sehr viel, wenn ich solche Bilder betrachte. Und im Osten war das vollkommen anders. Das klingt jetzt eher nach so einer Eigenlogik des Feldes. Wenn wir das aber in anderen Feldern auch so ähnlich beobachten können, dann wäre die Frage, welche übergreifenden Prozesse dazu führen, dass die Kunst ihre eigentliche Funktion für die Gesellschaft aufgegeben hat und sich eher mit sich selbst beschäftigt oder Diener von politischen Interessen geworden ist. Ich habe das, ehrlich gesagt, bei der Malerei tatsächlich mehr als diese Eigenlogik wahrgenommen und weniger als, also eher als tragische, tragische Entwicklung. Die habe ich aber damals jedenfalls gar nicht so sehr in den gesellschaftlichen Kontext eingebaut und verglichen mit anderen Prozessen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es in London eine Gegenentwicklung gegeben hat. Die Sturkisten, die im Grunde genommen auf der Hochzeit der Konzeptkunst genau das angeprangert haben und im Grunde genommen wieder angefangen haben, figurativ zu malen und das auch wieder mit großem Erfolg. Und in Berlin ist Ähnliches passiert. Also inzwischen ist es ja sowieso, ich rede jetzt von einer Zeit von vor 15 oder 20 Jahren, in Berlin ist es jetzt auch so, dass man wieder figurative Malerei schätzt. Es ist nicht so, dass es vollkommen vom Tisch ist. Wir haben die Kollegen auf ihre Bücher reagiert, auf ihre öffentlichen Auftritte zu den Büchern, Malerkollegen, Jurykollegen, Verbandskollegen. Das hat sich immer mehr ausgedünnt, umso politischer die Bücher wurden. Also auch ignoriert? Das erste Buch natürlich nicht. Das war ja noch eine direkte... Die Heldenreise ist das erste Buch. Die Heldenreise des Künstlers. Das war natürlich noch ein direktes Sondieren der Kunstszene. Danach war es eine persönliche Familienbiografie. Die hat jetzt auch nicht wahnsinnig viele Freunde gekostet. Aber mit den Wiedergutmachern und spätestens mit vom Verlust der Freiheit hat sich das doch sehr ausgedünnt. Herr Ulrike Gero spricht in Ihrem neuen Buch von einer sozialen Rekonfiguration, wie das so Politikwissenschaftlerinnen machen, etwas komplizierter ausgedrückt. Kamen neue Leute dazu? Haben Sie Posten verloren? Ja, es kamen neue Leute dazu. Ganz neu. Es ist ja immer so, dass man meine Person nicht richtig greifen kann. Also natürlich ist auch die freie Szene oder die freie Medienszene ist total gespalten. Einige glauben eher konservativ zu sein. Andere kommen natürlich aus dem linken Spektrum. Und bei mir weiß man immer nicht so genau, wie was ist der jetzt? Ist der jetzt links? Ist der rechts? Ist der konservativ? Wie tickt der? Tatsächlich ist es so, dass ich über die letzten beiden Bücher ziemlich viel Resonanz aus dem liberal-konservativen Lager bekomme. Das sind Leute, die finden das ganz spannend, was ich mache. Die können dann, wenn die dann sich mal meine Bilder angucken, wiederum mit den Bildern nicht so viel anfangen, sind dann eher irritiert über meine Rolle als Künstler. Und es ist eben sehr durchwachsen. Können Sie diesen Leuten eine Hilfestellung geben? Wie sind sie zu verorten? Wo greift man sie am besten? Ich habe es inzwischen aufgegeben. Ich glaube auch, dass diese Rechts-Links-Verortungen überwachsen werden müssen, dass uns das nichts nützt. Dass es eher dazu dient, Menschen zu spalten und auseinanderzutreiben. Und mittlerweile ist es ja auch vollkommen egal. Im Grunde jeder, wirklich jeder, der differenziert denkt und kritisch der Regierung gegenüber sich äußert und eine gewisse Sichtbarkeit erreicht, wird zwangs nach rechts verschoben. Also man fängt sich früher oder später dieses rechte Label ein. Schwurbler, Rechter. Rechtsoffen hieß das bei mir immer. Rechtsoffen. Und die allerletzte Keule, die man noch im Schrank hat, ist dann Antisemit. Das heißt also, es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe Muster. Und inzwischen kann man, muss man das irgendwie tragen. Man muss irgendwie damit umgehen. Man kann versuchen, das aufzuklären. Man kann sich da dran auch abarbeiten. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit auch dieses immer wieder minutiöse Aufklären und Widerlegen überhaupt noch was bringt. Und also wenn man mich anguckt und das, was ich mache, was ich geschrieben habe, dann geht es in meinen Ansätzen, geht es um Tiefenpsychologie. Es geht um C.G. Jung. Es geht um Selbsterfahrung. Es geht um Authentizität. Und es geht darum, heranzureifen. Und es geht darum, als erwachsener, authentischer Mensch dann auch politisch zu werden. Aber erst dann. Und nicht, indem man das beipasst, alle Schritte überspringt. Und im Grunde genommen als narzisstisch gestörter, infantiler, nicht erwachsen gewordener Babyboomer als allererstes sich an große Narrative andockt und nach Leibeskräften alles nachplappert, wo man einen Haken hinter machen muss. Und das ist im Grunde kein politischer Vorgang. Das, was ich propagiere, ist kein politischer Vorgang, der sich nach rechts oder links einteilen lässt. Neben Carl Gustav Jung müssen wir natürlich Josef Beuys erwähnen, der auch einer ihrer Leitstern ist und in den Büchern immer wieder vorkommt. Ich habe, glaube ich, vorhin abgewirkt, die Stelle, wo Sie gesagt haben, es sind auch neue Leute dazugekommen. Vielleicht können Sie diese neue Welt beschreiben, die Ihnen durch die Bücher gewachsen ist. Naja, allein schon durch die Medien, in denen ich mich rumtummel oder für die ich auch teilweise ja auch schreibe oder so, das sind alles Leute, mit denen hätte ich früher nie was zu tun gehabt. Also nehmen wir jetzt die Achse oder nehmen wir Roland Tichy. Ach gut, dort kommen wir. Ja, das sind alles Leute, die eher eben auch konservativ ticken, die eher liberal-konservativ ticken und so. Und wo es wirklich Schnittpunkte gibt, wo man wirklich sagen muss, hätte ich nicht gedacht, da gibt es wirklich Schnittpunkte. Weil diese Kritikpunkte, in dem Moment, wo ich anfange, politisch zu argumentieren, werden diese Schnittpunkte natürlich groß. Das sind dieselben Leute, die die Gender Studies kritisieren. Das sind dieselben Leute, die diese Energiewende kritisieren. Das sind dieselben Leute, die die Migrationsbewegung kritisiert haben und so weiter. Da gibt es eben Schnittmengen. Das ist ganz natürlicherweise so. Und auch kluge Leute. Mich hat ja besonders bewegt, dass Sie die Unsichtbarkeit freier Wissenschaftler beklagt haben. Man kann natürlich genauso fragen, wo die freien Richter sind, die freien Journalisten, die freien Politiker. Wo sind die freien Künstler? Das ist die spannende Frage. Man hat das ja gesehen, an der wahnsinnig langen Zeit, die es gedauert hat, bis so eine Aktion alles auf den Tisch oder alles dicht machen davor gekommen ist. Also mir hat es zu lange gedauert. Dann war der unmittelbare Schock danach, war so ein Beben, dass das ja erst mal wieder die Hälfte wieder weggeschüttelt hat. Also die Erstreaktion, mit der haben viele eben dann doch nicht gerechnet. Also ganz viele Videos waren relativ schnell wieder auf. Und bei der zweiten Geschichte, alles auf den Tisch, wusste man schon eher, worauf man sich einlässt. Und trotzdem war es ein ungeheures Taktieren, mit wann schaltet man Wehen frei und wann fällt welches Video weg oder kommt es oder kommt es nicht. Das heißt, man sieht an dieser Szene, wie die unter Druck stehen. Die stehen ungeheuer unter Druck. Und was auch nicht anders sein könnte. Denn jeder, der irgendwie sein Geld verdienen muss, der wird ja direkt bestraft. Und der wird auch direkt geächtet und direkt geahndet. Und was nützt es einem, wenn man auf einmal arbeitslos da sitzt und seinen Job nicht machen kann, auf einmal nicht mehr im Tatort auftreten kann und das ist eben, also dieser Pay-off, der kommt sofort, das ist, da wird nicht lange gewartet. Dieser Shitstorm kommt auf, folgt auf dem Fuße. Ich habe gerade ein Buch gemacht, was im Druck ist, zu alles dicht machen. Und ein Ergebnis ist, dass diese Aktion, anders als es gedacht war, die Strukturen gesellschaftlicher Kommunikation sichtbar gemacht hat. Ab da war jedem klar, was passieren würde, wenn man sich an so einer Aktion beteiligt. Sie haben trotzdem ja bei Alles auf den Tisch stand mitgemacht. Sehr bewusst wahrscheinlich mitgemacht. Haben Sie da Reaktionen bekommen? Ja, mein Thema war, es war jetzt nicht so groß aufgehängt, weil es irgendwie in dem Kontext relativ unerwartet war. Es war irgendwie ein fast kollegiales Gespräch unter Künstlern. Das hat jetzt auch nicht den Traffic. Also es war jetzt auch nicht so, dass man da wahnsinnig viele Klicks gehabt hätte. Und ich habe ohnehin für diese Arbeiten, ob das jetzt Videos sind oder meine Bücher, zu mindestens 90 Prozent positives Feedback. Also es ist nicht so. Und da ich ja wirklich im Grunde genommen aus einer Ecke komme, wo ich nicht viel zu verlieren habe. Ich werde eher populärer dadurch. Auch als Maler? Auch als Maler. Auch als Maler. Obwohl es so ist, wie ich ja eingangs schon sagte, dass das dann auch ein Nischenthema ist und so. Es gibt aber auch Menschen, die einigermaßen klar denken können und die sich durchaus für Kunst interessieren. Aber das ist natürlich trotzdem nicht so, dass meine Bücher direkt meine Malerei befruchten würden. So ist es nicht. Aber ein paar sind eben doch dabei, die dann irgendwie mal gucken. Das kommt vor. Wenn ich also den Unterschied zwischen Ihnen und anderen Künstlern, die sich nicht trauen, an solchen Aktionen sich zu beteiligen oder gar nicht auf die Idee kämen, weil sie die Gedanken nicht teilen, die dort vertreten werden, dann wäre der Unterschied neben dem Erwachsensein, über das wir ja am Anfang gesprochen haben, auch eine eher materielle Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von staatlichen Fördertöpfen, vielleicht auch die Bereitschaft, auf Annehmlichkeiten im Leben zu verzichten. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich schätze das genau so ein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch mit meinen persönlichen Bewertungen, also ich habe ja wirklich den Luxus, dass mein Leben so lange so karg eingestellt war und ich keine Kinder habe, dass ich nur für mich selbst verantwortlich bin und ich bin sozusagen so viele Jahre im Mangel gewesen, dass ich da relativ trainiert bin und ich bin auch nur für mich verantwortlich. Ich muss keine Familie ernähren. Und ich stelle mir wirklich vor, was wäre passiert, so gesehen kann ich relativ radikal sein. Also man kann mir schwer drohen im Sinne von, man kann mich nicht rausschmeißen, ich bin komplett selbstständig, ich verdiene mein Geld selbst mit den Sachen, die ich mache, ich bin da sehr authentisch unterwegs und ich muss, wie gesagt, niemanden ernähren. Ich bin nur für mich verantwortlich. Und wenn ich mich aber in die Lage versetze, ich bin Familienvater und ich habe mehrere Kinder und ich bin Künstler mit Leib und Seele und ich will auch wirklich davon leben und ich muss meine Familie ernähren, da stellen sich so andere Fragen und es sind so andere Zugzwänge. Das möchte ich gar nicht zu Ende denken. Ich dachte eigentlich immer, dass auch der in kargen Verhältnissen lebende Künstler hofft, irgendwann im MoMA zu hängen. Ja, das ist ja eine andere Frage, dass man noch hofft, man würde noch dieses oder jenes oder den oder jenen Karrieresprung zu machen oder so. Aber ich bin ehrlich gesagt, wenn man sich die gesamte Bandbreite anguckt, wo Künstler eigentlich stehen und die im Promille-Bereich wirklich die ein, zwei Prozent, die ins richtig gut geht, also in den sogenannten Reseller-Markt kommen und die über Auktionshäuser gehandelt werden und so weiter. Das ist ein absoluter Promille-Bereich. Reseller ist der Sammler, der kauft und verkauft wieder. Da, wo dann wirklich mit den Bildern Geld gemacht wird. Das ist, ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich nicht mal ein Prozent oder das ist im Null-Komma-Bereich. Und die Künstler, die überhaupt, wo man sagen kann, die haben das Ding rund, die können davon leben, die sind nicht reich, die sind auch nicht super berühmt, aber die können davon leben, das sind vielleicht auch nur die oberen fünf Prozent. Und der Rest ist, muss das Geld im Taxi verdienen oder sonst wo. Das ist bei den Sachbüchern, ja auch nicht so viel anders. Wer soll Ihre Bücher lesen? Warum schreiben Sie? Wahrscheinlich nicht hauptsächlich wegen Geld oder ist das ein Zusatzverdienst? Also die letzten Titel sind schon, also da sieht man, oder ich sehe jetzt da das erste Mal so ein bisschen Geld durchaus, weil die Titel laufen wirklich gut. Und es ist eine Mischkalkulation, also die Bücher sind nicht nichts und die Malerei auch nicht. Und beides zusammen geht. Mischkalkulation, okay, das ist ein schöner Begriff. Publikum. Also ich muss, zumindest muss ich nicht irgendwie jetzt darüber nachdenken, ob ich noch irgendeinen Job annehme oder so. Ja. Wer soll die Bücher lesen? Für wen schreiben Sie? Wie jenseits von der Mischkalkulation? Das ist ja leider die ernüchternde Bilanz, die ich besonders nach den letzten beiden Büchern ziehen muss leider. dass ich meine Bücher hoffte, so aufgehängt zu haben, dass ich die bürgerliche Mitte irgendwie erreiche und dass ich Leute erreiche, die nicht automatisch es sowieso schon alles vorher gewusst haben. Das sind also die Tagesschau-Seher, die Abonnenten der Zeit der Süddeutschen? Also da würde ich von dem Berg würde ich gerne ein bisschen was abbrechen. Also Leute wirklich darüber aufzuklären, zu sagen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ist das wirklich alles so objektiv? Deswegen in beiden Büchern große Medienkapitel natürlich. In einem Kapitel geht es ja fast nur um ihr Werk. Ich habe mich sehr gefreut, das Impfbuch im letzten Kapitel. Ja, das halte ich für ein Schlüsselwerk. Wenn das eben mehr Leute lesen würden, die es lesen sollen, dann würde man, glaube ich, unheimlich was bewirken. Aber, und das ist eben meine nüchterne Bilanz, ich muss ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, auch an den Rückmeldungen, dass man nicht wirklich Leute groß aufweckt, die sagen, so habe ich das ja alles noch nie gesehen, mir fällt es ja jetzt wie Schuppen aus den Haaren. Das passiert selten oder so gut wie nie, sondern das sind im Grunde Schulterklopfer, die Rückmeldungen von Leuten, die es eigentlich schon vorher gewusst haben. Mit anderen Worten, die Bücher sind in der Blase geblieben. Trostpflaster ist vielleicht, dass diese Blase der freidenkenden Menschen größer ist, als man denkt, sonst würde man solche Verkaufszahlen nicht erreichen. Aber, Können Sie eine Zahl reinwerfen? Ich will das jetzt nicht, auch verlagstechnisch, ich will das jetzt nicht, aber sagen wir so, ich bin jetzt mit dem Impfbuch, steht die fünfte Auflage an. Okay. Also in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das sind, das sind schon nennenswerte Auflagen, es sind auch keine Kleinstauflagen. Also es läuft sehr gut. Und trotzdem, trotzdem ist das Gefühl immer noch, dass es die Blase ist. Gut, vielleicht braucht ja jede Blase auch Selbstvergewisserung und solche Bücher helfen dann dabei zu wissen, ja, ich bin nicht alleine. Es gibt andere, das wird sogar gelesen, kommt in die fünfte Auflage. Das könnte ja auch eine Funktion solcher Bücher sein. Ja, aber ich habe auch direkte Rückmeldungen von Lesern, die es gut finden, strukturiert auch. Die sagen, ja, das ist eine Sammlung, die kann man benutzen und so. Ich muss mir da nicht immer Fransen an den Mund reden. Ich nehme das als Referenzbuch, ich kaufe gleich drei und dann verschenke ich das an Onkel Hermann und der soll das mal lesen und so. Also im Sinne dieser Zwangsbeglückung, dass die Leute sagen, Mann, wenn der geht schon nicht ins Internet und guckt sich freie Medien an, aber da hat das jetzt mal einer alles aufgeschrieben, die Argumente und das reiche ich jetzt mal raus und der soll das jetzt mal lesen. Und das tun die Menschen aber nicht. Das heißt, die bleiben, die gefährden sich nicht in ihrem Weltbild. Das ist ja auch sehr verständlich, denn wenn man diesen Faden einmal aufnimmt und da einmal dran zieht, dann geht es nicht nur um die Impfung. Dann geht es natürlich um weitaus mehr und da könnten am Faden noch ganz andere Themen hängen, die so zum Implodieren des Weltbildes führen. Das kann nicht jeder vertragen. Ich habe vom Verlust der Freiheit ja auch in meiner Familie verschenkt und habe im Prinzip die gleichen Reaktionen erlebt. Der Teil, der zu meiner Blase gehört, war begeistert und der andere Teil hat irgendein Argument rausgenommen und gesagt, das ist doch längst widerlegt, da muss ich den Rest eigentlich auch nicht lesen. Genau, so ist es. Oder man sucht sich an ganz gezielten Stellen irgendwie einen Ausstieg. Also da zieht die Reißleine, da reicht ein Wort, was weiß ich, irgendein Wort, was eigentlich nicht mehr geht, was sozusagen entsprechend durch das Wording verbrannt ist, habe ich vielleicht womöglich noch drin in dem Buch und da ist einer, der das sagt, dann braucht man zugeklappt und weg. Und dann sind die Argumente, braucht man da auch nicht mehr weiter lesen. Ich habe jetzt ein bisschen das Sendungsbewusstsein herausgehört, das wir ja vorhin schon mal kurz angetippt haben, als es um die Heldenreise des Künstlers ging. Wenn meine These stimmt, also auch in diesen Büchern ein Stück Sendungsbewusstsein drinsteckt, frage ich, was unterscheidet den Maler, den Autor, Raimund Unger, von einem Missionar, was unterscheidet ihn von Menschen wie Klaus Schwab und Bill Gates? Ich predige die Wahrheit und das Gute. Nein, ich glaube, dass man so nicht weiterkommt. Ich glaube auch, man kommt mit Predigen nicht weiter. Ich glaube, man kann Menschen nur erreichen, indem man von sich ein Stück weit authentisch was zeigt, sich aufmacht, sich dem Risiko aussetzt, wahrhaftig zu sein. Dann wird es Menschen geben, so ist es auch in der Malerei gewesen, so ist es auch bei diesen Büchern, die werden einen massiv beschämen und die werden einen einhegen, weil sie mit einer Frequenz konfrontiert werden, die sie in sich, dem berühmten psychologischen Schatten, unbedingt unter der Decke halten müssen. Was ist der psychologische Schatten? Entschuldigung. Der Schatten ist eine psychische Eigenschaft ungeliebte Anteile, die zu unserer Psyche gehören, die wir aber im tagbewussten Ich nicht haben wollen und die wir entweder im Unbewussten unter der Decke halten oder noch eleganter anderen anheften im Sinne einer Projektion. Das heißt also, alles, was ich an mir nicht mag, schiebe ich einem anderen zu und kann sagen, der ist der Böse. Sie waren bei den Menschen, die Sie beschämen würden. Ich war jetzt dazwischen gesprungen. Genau. Und diese Beschämung ist reiner Reflex, das nennt man eben Abwehr, das ist ein Abwehrmechanismus. Aber trotzdem gibt es Menschen, die sozusagen an der Schwelle der Selbstinfragestellung sind und die man über Authentizität kriegen kann, die dann wirklich sagen, ich muss wirklich mein Leben ändern, die sozusagen auch selber mit Krisen zu tun haben, die hadern an ihrer Situation, die hadern an diesem gesellschaftlichen Kompromiss, dass das Leben, was man eben akzeptiert hat, in Entfremdung besteht und dafür mit Konsum und Leckerlis belohnt werden muss, weil die Seele sich sozusagen nicht mehr trifft in der eigentlichen Arbeit und danach kommt dann eine Bestellung im Internet oder es kommt der berühmte Urlaub und so. Und mein Verdacht ist, dass die Gesellschaft da dieser Konsens, also dieses Verhältnis Unbewusstheit, Entfremdung und auf der anderen Seite Leckerlis und Konsum, das funktioniert natürlich nur, man könnte sogar auch sagen Sucht, Sucht gehört auch mit dazu, das funktioniert natürlich nur, solange das System noch eine gewisse Fülle hat und das noch aufgeht. Die Gesellschaft steuert jetzt aber auf einen Gesamtzustand zu, wo, wenn man es ein bisschen bösartig ausdrückt, die Menschen ihre Leckerlis nicht mehr bekommen werden. Das lesen wir aber, Klaus Schwab, wir werden glücklich sein und nichts mehr besitzen. Ah, da bleibt es nur abzuwarten. Also ich glaube, dass die Selbstverleugnung immer nur mit Kompensation im Zaum zu halten ist. Entweder mit Sucht, mit Konsum, da muss der neueste Fernseher das neue Auto her, außerdem braucht es den Bierkasten im Schrank und so weiter und so weiter und so weiter. Es braucht schon eine Menge Trostpflaster für Selbstentfremdung. Und das, was Deutschland demnächst erleben wird, ist so ein wirtschaftlicher Niedergang, dass die Menschen sich ihre Leckerlis nicht mehr leisten können. Die werden wirklich kein Geld mehr haben, um zu kompensieren. Die werden vielleicht noch gerade irgendwie mit Hängen und Würgen ihre Energierechnung bezahlen können. Dann ist aber Schluss. Und zweimal im Jahr einen Urlaub fahren wird nicht mehr sein. Der nächste große Flatscreen wird nicht mehr sein. Das nächste Auto wird nicht mehr sein. Und dann steigt der Druck im Kessel natürlich immens. Und dann sind einfach andere Strategien gefragt. Statt immer nur Kompensation stellt sich die Frage nach Authentizität und Sinn nochmal ganz neu. Das wird also eine Revolution durch Leckerli-Entzug? Ja. Die Möglichkeit besteht. Also der Druck im Kessel wird auf jeden Fall steigen. Natürlich ist das nicht witzig. Und das kann auch erst mal wie individualpsychologisch auch. Es gibt ja individualpsychologisch, wenn man sich einen Mensch ansieht, der unter Druck gerät, dem seine Kompensationsmechanismen genommen werden, der wird erst mal ganz schön sauer. Und wenn das auf breiter Fläche mit der Masse passiert, muss das nicht unbedingt witzig sein. Das kann den Bürgerkrieg münden oder verschiedene andere Sachen. Wenn ich Ihr Werk, Ihr geschriebenes Werk richtig verstanden habe, dann sind Sie der Mensch, der Sie heute sind, geworden durch den Umweg über das Dasein als Therapeut, über die Praxis, die Sie hatten, über die Naturmedizin, die Sie ja auch an der Hochschule vertreten haben. Heißt das, wir alle sollten uns in Therapie begeben, um authentisch zu werden, um da hinzukommen, wo Sie uns gerne hätten? Ja, man muss das nicht Therapie nennen, weil das ist zu hochgehängt und zu abschreckend, aber im Grunde ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass dieser Prozess der Selbstwerdung und letzten Endes die Sinnfragen zu befrieden und tatsächlich rauszufinden, was man als menschliches Wesen noch leisten muss, außer Existenz. also Eugen Grevermann hat mal sinngemäß gesagt, die bloße Existenzabsicherung und Gen-Nestbau und Gene weitergeben reicht für den Menschen nicht aus. Das ist so. Das heißt, diese Fragen, die normalerweise wirklich erst jenseits der 40 gestellt werden, um die kommt man nicht rum oder man muss sie wahnsinnig kompensieren. Man muss sozusagen die Lebenskrise, die irgendwann jedem droht, mit all diesen Sinnfragen, die mit über 40, mit drei Ausrufezeichen gestellt werden, die muss man wirklich mit Kraft unter der Decke halten oder man muss sie beantworten. Man muss irgendwie sich dieser Sinnfrage stellen, was soll das Leben, weil über die 40 winkt der Tod. Man kann den Tod nicht mehr so raushalten, wie man ihn vorher raushalten konnte. Man hat, bei mir war es jedenfalls so, eine lebensbedrohliche Erkrankung durchgemacht. Man hat nahe Angehörige verloren. Lebensbeziehungen sind auseinandergegangen. Das heißt, man ist wirklich brutal mit Verlust konfrontiert worden. Und diese Verlustfragen, die schreien so nach einem Sinn und so nach einer Antwort, dass man ohne diesen Weg des Helden, das ist ja auch nur ein Helden, der Held ist ja nur der Mythos des Menschen, der sich diesen Sinn, seinen Drachen oder seinen Hunden unterm Bett oder so stellt und der wirklich diese Sinnfragen sondiert und der sich traut, mal in den Keller zu gucken, was er da für Hunde die ganze Zeit eingesperrt hat, wie John Bradshaw sagen würde, der berühmte amerikanische Therapeut. Wenn ich Sie schon hier sitzen habe, muss ich natürlich fragen, wo ich diese Art von Selbstkonfrontation als Nichtmaler am besten finde. Ich glaube, dass das Kunst im weitesten Sinne ein Königsweg ist. Für mich war es wirklich der absolute Königsweg, der mir natürlich auch ein bisschen von der Familie mit in die Wiege gelegt wurde, weil mein Onkel war ja Kunstmaler und ich bin auf dem Hof meines Onkels aufgewachsen und habe da früh Kunst und Malerei kennengelernt. Ich glaube aber, das muss nicht Kunst sein. Es gibt überhaupt sich aufzumachen und die Wirklichkeit nicht mehr so einseitig wahrzunehmen, eine Medienkompetenz zu entwickeln, einen Gesprächskreis zu suchen, sich zu trauen, sich zu offenbaren, vielleicht erst mal nur im kleinen Kreis, wie es einem wirklich geht, sich vor sich selbst ehrlich zu machen und Lebensfragen ehrlich zu beantworten. Will man wirklich noch in diesem Job bleiben? Will man wirklich noch mit diesem Partner zusammenbleiben? Traut man sich das, mit 40 noch mal sich zu trennen oder den Job zu wechseln? Und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Lebensfragen, die man eigentlich weiß, also die vom Bauchgefühl schon lange gestellt werden, denen man aber erfolgreich ausgewichen ist. Und wenn man die aber angeht und sozusagen diesen Kampf mit dem Drachen aufnimmt, dann wird man nicht morgen gleich im Paradies sitzen. Man wird vielleicht auch einige schwere Jahre haben, aber man könnte nachträglich erwachsen werden. Und dieses Erwachsenwerden, wenn es möglichst viele Menschen tun würden, wird schlussendlich sich auch politisch auswirken. Das heißt, ich muss nicht zum Therapeuten und 150 Euro pro Stunde zahlen, sondern kann das ganz alleine machen? Auf jeden Fall muss man nicht zum Therapeuten. Es ist auch ein Weg. Man kann in der Tat, gibt es wahnsinnig tolle therapeutische Methoden. Das muss aber auch keine Einzeltherapie sein. Es gibt so viele spannende Gruppentherapien oder muss man nicht mal Therapie nennen, Begegnungen mit Menschen, die ähnlich denken und die sich ähnlich öffnen. Wie gesagt, der Label Therapie ist viel zu eng. Sie haben ja gerade schon eine Dystopie entwickelt, ein Leben ohne zwei Urlaube im Jahr, wobei es glaube ich in Realität mittlerweile eher vier kurze, knackige, gut vermarktbare, auf den Digitalplattformen gut vermarktbare Urlaubsreisen sind. Also so eine Dystopie entworfen, wenn wir andersrum denken wollen, wie würde die Welt aussehen, in der Sie gerne leben? Ja, das sind sozusagen Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Natürlich nach dieser politischen Konsequenz und wie könnte diese Welt dann aussehen und so und ich bin da immer wahnsinnig vorsichtig. Ich glaube eben nicht an eine Letzten Endes und das ist das, was mir auch immer wieder vorgeworfen wird. Ich glaube nicht an das Golden Jerusalem und ich glaube nicht an eine Welt, in der alles gut ist und in der alle, es ist ja auch in der esoterischen Szene so, dass es einfach Entwürfe gibt von der zukünftigen Welt, wie die sein könnte, wenn alle Menschen aufgewacht sind und alle haben das wie auch immer kosmische Aquarian Bewusstsein erreicht und dann haben wir Frieden und keiner denkt mehr aggressiv und so weiter und so fort. Das sind einfach verschiedene paradiesische Weltentwürfe, die real hier auf dieser Welt umgesetzt werden sollen. So einen Entwurf konnte ich nie wirklich teilen, weil ich ein Stück weit auch glaube, dass diese Welt, wie wir sie jetzt erleben, so polar und ungerecht und mörderisch sie auch ist, nicht das letzte Wort ist und dass es ein durchlaufender Ort ist, an dem wir uns befinden und dass tatsächlich diese Polarität, die wir hier erleben, stückweit zur Reifung gehört und dass es nicht darum geht, sämtliche Polarität dieses, dieses, des Diesseits komplett aufzulösen und im Grunde genommen eine Art Paradies zu schaffen, in dem es keine Reibung mehr gibt. Das war nie mein Weltmodell. Das war jetzt eine Absage an Utopien, aber keine Absage an die Gestaltungsmöglichkeiten bildender Kunst. Oder habe ich es? Nein. Ich glaube ja, dass dieser Prozess, das ist ja auch das, wo man sich, wo ich mich selber auch immer wieder rein entspannen muss als politisch denkender Mensch. Deswegen bin ich sehr kleinlaut, was auch gesellschaftlichen Wandel angeht, zum Guten und all das, was die Gesellschaft so dringend braucht. Ich sehe ja, wie klein der Kreis ist, der bereit ist, diesen Individuationsprozess zu gehen. Also der ist klein. Ich sehe außerdem, was ich vorhin gesagt habe, wie schwer es ist, Leute dazu zu motivieren und zu überreden. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, man kann höchstens Struktur geben, man kann von sich erzählen, man kann sagen, bei mir war es so und so, ich bin in eine schwere Krise gekommen, ich habe angefangen, mich ernst zu nehmen, ich habe angefangen, nach meinem Selbst oder inneren Gefühl zu handeln, ich habe mich um Authentizität bemüht, das ist dabei rausgekommen, die letzten Jahre, da ist ein bisschen was angewachsen. Man kann das beispielhaft darstellen und das kann Leute motivieren, das auch zu machen, aber man kann nicht am Gras ziehen, dass es wächst. Also ich bin da ungeheuer bescheiden mit großen politischen Entwürfen. Dann versuche ich noch mal anders zu interpretieren, die Welt, so wie wir sie haben, ist eigentlich für sie ganz gut, sie leben hier ganz gerne, weil diese Welt ihnen erlaubt, sich an den Dingen zu reiben, selbst zu wachsen, selbst zu reifen, das authentische Leben zu führen, das sie sich vorgenommen haben. Diese Welt ist weniger schmerzhaft, umso authentischer man irgendwie unterwegs ist, ganz gut ist sie nicht natürlich, aber sie ist vielleicht, sie ist vielleicht, wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist, ein bisschen weniger schmerzvoll, als wenn man das mit aller Macht abwehren muss, mit aller Macht unterm Deckel halten muss und sich jeden Tag entfremdet und irgendwann merkt, mir gehen die, mir gehen die, mir gehen die Kompensationen aus, ich bin unglücklich. Also die Sachen, ich habe schon alle Knöpfe, die sich bewährt haben, auf die ich drücken kann, damit ich meine Schmerzen lindern kann, die werden schwächer und die werden schal und das Ding funktioniert nicht. Und da tatsächlich diese grundsätzliche Positionsveränderung vorgenommen zu haben, zu sagen, ich mache dieses ganze Spiel nicht mehr mit, erzeugt erstmal einen gewissen Frieden. Aber das heißt nicht, dass dann alles gut ist und man nur noch happy ist oder so. Das Leben, es bleibt anstrengend. Gut, Frieden ist auch ein besserer Begriff als Glück. Frieden hält länger als dieses kurzlebige Glück zu fassen. Meine letzte Frage zielt in eine fernere Zukunft. Was bleibt von Raimund Unger? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt? Im Grunde die die Sichtbarkeit dieses Wandels, den ich eben beschrieben habe, den ich auf mehreren Ebenen rausgereicht habe an die Welt in Form meiner Malerei, aber auch in Form meiner Bücher. Ich hoffe ja auch, es kommt noch ein bisschen was nach. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Bilder dazu. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Bücher dazu. Aber selbst wenn es jetzt vorbei wäre, dann glaube ich, dass ich einer von, ich glaube, glaube ich sogar in der Heldenreise des Künstlers habe ich mal eine ganze Reihe von Namen angeführt, von Helden, Künstlern, in deren Reihe ich gerne stehen würde. Nämlich Menschen, die sich persönlich individuiert haben, die authentisch waren, die authentische Kunst geschaffen haben, die authentische Romane geschrieben haben, die Menschen zum Nachdenken angeregt haben und in so eine Rolle reinzuwachsen. Also ich würde es nicht wagen, mich jetzt als letzten Namen in diese Reihe zu stellen, aber in so eine Rolle reinzuwachsen und das anzustreben und zu sagen, da ist einer, der untersucht sich selbst, der gleicht das ab, der versucht irgendwie was übers Leben rauszufinden und der hat verschiedene Medien, in denen er das übersetzt und das hat dem einen oder anderen geholfen. Das wäre schön. Das war ein großartiges Schlusswort. Vielen Dank, Raimund Unger. Das war eine weitere Ausgabe von Apollut im Gespräch. Bleiben Sie uns gewogen. Danke, dass Sie Apollut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apollut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf Apollut.net unterstützen. Apollut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apollut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf Apollut.net slash Newsletter. Natürlich gibt es Apollut auch als App. Einfach auf Apollut.net slash App runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apollut. Das denke ich auch. Das denke ich auch.